Er wird uns mal zeigen, wie Beatboxing geht und wenn Sie sagen, das ist was, das wäre was für mich, dann sehen wir uns demnächst bei 8Counts zum Beatboxing. So sieht's aus. Hallo, Geldern. Ich habe gerade Werbung gemacht für euch hier, war bei Radio KW. Ich hoffe, einige sind jetzt hier und haben auch schön gelauscht vorhin um 11 Uhr. Ich bin jetzt hier zum Beatboxen. Bei 8Counts gibt es jetzt bald einen Beatbox-Workshop. So, also fleißig anmelden. Ich zeige euch mal kurz, was so Beatboxen ist. Vereinfacht, ja? We good, 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 good. We good, 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 good. We good, 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 good. We good, 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 good. We good, 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 good. Kurz noch trinken. Wie der Gerd schon sagt, die Maschine muss geschmiert werden. So. Wie der Gerd schon sagt. 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 sind. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ein Riesenapplaus für The Human Beatbox. Da komme ich ja mit meinem, tja, 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 komme ich ja nicht weit. Aber ist egal, kann man ja alles lernen. Dann können wir demnächst hier Beatboxing. Wir können demnächst Musical. Wir können demnächst Hochzeitsflashmob. Wir können demnächst wie die Eisbären, nee, was war denn? Schneemänner. Wie die Schneemänner tanzen.